Ich lege mich fest, Weston McKennie, Bundesliga-Saison, also spätestens ab dem Winter spielt er Start-Formation. Namen merken. Weston McKennie ist sicherlich einer der positiven Überraschungen in dieser Vorbereitung. Der US-Amerikaner bei seinen bisherigen Auftritten, vor allem mit der Ruhe am Ball, immer wieder überrascht. Hat er gezeigt, dass er den Willen hat, bei den Profis mitzuwirken. Weston McKennie schauen wir uns jetzt die ganze Zeit schon an. Ich glaube, dass es ein Spieler ist, der wirklich das Potenzial hat für Fußball-Bundesliga. Ich glaube, dass es ein Spieler ist, der wirklich das Potenzial hat. Ich glaube, dass es ein Spieler ist, der wirklich das Potenzial hat. Ich glaube, dass es ein Spieler ist, der wirklich das Potenzial hat. Ich glaube, dass es ein Goku ganz besteht, dass es, der wirklich das Potenzial hat. Musik 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 You're gonna feel me, you're gonna feel me, you're gonna feel me. So, nachsitzen lohnt sich wieder McKennie gleich in die Spitze. Klasse. Das macht den Jungen aus. Der zaudert da nicht lange. Das war ein brillantes Zuspiel. Das macht den Jungen aus. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017